Ihr wollt einen Preis-Leistungs-Tipp? Die Armandra wird euch retten. Kaliber 30, 13 Schuss, 260 Gramm NEM, 21 Sekunden, 45 Meter Steighöhe. Hier einmal zu lesen. Der hat einen sehr schönen blauen Aufstieg mit Titanen, Goldpalmen. Ja, sehr schön. Ist auch noch kombiniert mit roten Bouquetsternen. Sehr schönes Teil wieder. Da muss man auch sagen, ist mit einer der günstigsten 30 Millimeter Batterien von Argento AK Funke. Und dafür soll sie ganz schön sein. Also deswegen auf jeden Fall Preis-Leistung. Eine sehr super Batterie. Und die hat halt auch noch ihre Copan, die Capri und Armandra. Sind beide oben einmal mit der Batterien-Playlist verlinkt. Könnt ihr drinnen suchen und euch noch andere mit anschauen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jetzt wird es nun die Armandra. Aber für den Preis und 3 Millimeter auf jeden Fall sehr nett. Also kann man auf jeden Fall machen. Empfehlung geht raus. Ich habe es nun die Frage. Untertitelung des ZDF, 2020